Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quick Survival Games. Quick Survival Games ist wie Survival Games, nur viel viel schneller mit besserem Kisteninhalt, kleineren Maps und mehr Kisten. Ich habe hier zwei Kisten gleich am Start, das kann echt eventuell unser Vorteil sein. Und los geht's. So, okay, gleich ein Steinschwert, das ist natürlich geil, dass wir jetzt hier gleich ein Schwert haben. Oh, ein Eisenschwert, oh, das ist natürlich, ich glaube, es gibt gar nicht so viele Eisenschwerter auf dieser Map. Und das ist natürlich unser Vorteil jetzt. Da können wir jetzt vielleicht echt noch was reißen hier. Was ist hier los? Okay, ich habe hier noch eine Angel. Was zu essen? Okay. So. Gut. Oh ne. Scheiße. Okay. Okay. Andi? Michi? Okay. Ich nehme nur gerade auf, wollte ich dir nochmal ganz gut sagen. So, okay, ich glaube, wir haben jetzt genug Sachen. Nein. Du kannst mich nicht vernichten. Ich werde dich nämlich vernichten. Boah, war das jetzt knapp. Was ist hier los? Okay, wir sind jetzt Full Iron und wir haben auch noch einen Bogen. Scheiße, das Deathmatch beginnt schon in 60. Also, ich habe nur einen getötet. Was ist hier los? Ich war die ganze Zeit hier. Das war jetzt ja echt scheiße. Okay, ich schmeiß die ganzen Sachen jetzt einfach mal hier runter. So. Zack, 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 zack. Okay. Zack. Die Pfeile packe ich hier hin. Okay, ich bin echt gespannt, wie das Deathmatch jetzt hier werden wird. Ich möchte den hier eigentlich jetzt noch gerne töten. Oh, der hat auch ein Eisenschwert. Okay. Okay, beide noch schnell einen Hit gegeben. Sorry, das muss ja aber sein. Okay, ich war eigentlich die ganze Zeit nur hier oben an meinem Spawn. Wann geht's los? In 30 Sekunden. Ich hoffe, ich kann noch schnell fertig recken. Schneller, schneller, reck. Schneller, schneller, schneller. Okay, drei verbleibende Spieler. Das kann echt noch was werden hier. Ne, ich verschieße meine Pfeile jetzt nicht. Okay, Leute. Sind wir, ne, wir sind auf der Steinmap. Okay. Ich akzeptiere das. Okay, einmal habe ich ihn getroffen, aber es hat geleckt. Es leckt noch immer. Okay, den habe ich da. Und was war das denn jetzt? Das ging ja richtig schnell. Warte, hier. Und hier, 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 hier. Eisenrüstung. So, ja, wir machen das jetzt einfach fair. Das ist ja auch so ein fairer. Drei, zwei, eins. Go. Okay. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's erstmal los hier. Oh je, da hat er mich jetzt noch schnell runtergeschubst hier. Gut, dann warte ich, bis er auch kommt. Und es leckt auch noch. Er hat aber einen, ja, ich habe ihn trotzdem noch geschafft. GG. Okay. War ein echt sehr fairer Kampf. Ich würde sagen, da Quick Survival Games, ähm, so schnell geht, ähm, würde ich einfach mal sagen, ähm, hängen wir noch eine Runde hinten dran. Das war jetzt eine ziemlich coole Runde, da wir auch noch die zwei Leute im Deathmatch getötet haben und vorher noch einen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. So, Leute. Und da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Ähm, wir haben einen ganz guten Platz eigentlich, weil hier einige Kisten sind. Aber, wenn wir kein Schwert bekommen, dann ist das auch nicht so geil. Ja, geil. Wir haben kein Schwert. Also das, weil ich jetzt gerade richtig habe, dass wir kein Schwert haben. Ich mache so viele Kisten auf und ich bekomme einfach kein Schwert. Was ist hier los? Ich glaube, irgendwas muss hier echt falsch sein. Ja, ich, das hatte ja jetzt echt noch nie, dass ich überhaupt kein Schwert bekommen habe. Ich weiß nicht, wie vielen Kisten wir jetzt, äh, ähm, wir schon geöffnet haben hier. So. Auch kein Schwert. Was ist denn hier heute los? Nicht mal ne Bogen. Hast du überhaupt keine Waffe? Ja, das ist echt selten bei mir. Ich meine, dass ich in den ersten zwei, drei Kisten nichts drin habe, ist okay mal. Ja? Und du... Alter, der hat mich jetzt gerade richtig mit dem Bogen abgeschossen. Oh, jetzt habe ich ein Schwert und einen Bogen. Und einen Eisenhelm. Und einen Eisenhelm. Ja, mein Bruder ist auch dabei. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt haben wir eine ganz gute Ausrüstung. Aber noch keine Schuhe. Aber das ist nicht so schlimm. Wir hatten leider wenig Herzen und trotzdem töten wir ihn. Wow. Das war jetzt richtig knapp. Jetzt muss ich echt mich mal hier irgendwo hinsneaken. Und recken. Ja. Und ein bisschen recken. Ähm, der hat ja auch schöne Hose und Schuhe. Haha. Hier ist der Max Ebner. Sorry, Leute. Ich, ähm, ein Freund von uns heißt auch als Nachname Ebner, deswegen musste ich da sogar an jemanden denken. Okay, so. Okay, so. Jetzt geht's dann gleich los. Acht Spieler noch. Ich muss aber echt noch ein bisschen recken, Leute. Verzeiht mir das. Und dazwischen dann machen wir Hardcore Party. Okay, so. Jetzt reicht's auch schon wieder. Du bist Schweinefleisch. Kannst du bitte aufhören? Danke. So. Ich hab echt keine guten Sachen. Ich mein, ich hab gute Sachen, aber ich hab kein Eisenschwert. Und das wollte ich doch haben. Das war doch mein Ziel. Nee, Alter. In 60 Sekunden geht schon das Deathmensch los. Nee, Alter. Das kann's ja jetzt nicht sein, oder? 60 Sekunden schon. Da oben ist einer. Und wir haben zwölf Pfeile. Das kann wirklich... Leute, ihr glaubt das nicht, aber zwölf Pfeile können wirklich das Leben verändern. Vielleicht schaffen wir den jetzt noch von hinten. So richtig heimlich. Bohnensuppe. Oh, da ist der Bohnensuppe tot. Jetzt gibt's keine Bohnensuppe mehr. Hey. Jetzt hast du dann Eisenschuhe, glaub ich. Kann sein. Ich guck einfach mal nach. Oh, ich hab teilweise. Aber er hatte doch... Da musst du nur irgendwo liegen. Ja, klar. Er ist schon wieder richtig OP hier. Er ist schon wieder richtig OP, der Zombieskeleton. Was ist los mit dir? Okay, ich hab ihn zweimal getroffen. Das ist nicht schlecht. Nee, viermal. Auf den geh ich jetzt auf jeden Fall. Als erstes. Er hat nämlich einige Pfeile hier drin stecken. Dann hol ich mir von ihm das Eisenschwert. Oh, der andere fliegt erstmal runter. Auch nicht schlecht. Der andere... Okay. Jetzt sind beide... Nee, einer ist jetzt unten. Und den von unten werde ich mir jetzt holen. Okay. Du kommst her. Ja. Ja, und jetzt holt er... Jetzt klaut er mir den Kill, oder was? Was ist hier los? Okay. Ich hab 15 TNT. Damit kann man richtig viel anstellen. Wenn ich mich damit nicht selbst töte. Okay. Das müssen wir jetzt irgendwie... Oh, jetzt klingt es auch noch. Bitte geh du schnell zur Tür. Wo ist er denn? Scheiße. Da ist gerade ein richtig spannendes Duell hier. Michi! So. Sorry, Leute. Ähm, hier ist gerade ein Kunde gekommen. Und da mein Vater nicht da ist, hat er jetzt an unserem Haus geklingelt. Ähm... Hm, hm, hm. Mach ich das? Dann mach ich das so? Okay. Alter, das wird ja nur ein... eine Wegrennen-Duell hier, oder was. Und die zwei sind richtig im Rüstungsvorteil. Oha. Du kommst jetzt erstmal hierher, ja? Ich möchte jetzt nicht, dass du hier ständig wegrennst. So zuck ich aus. Ich raste aus hier. Oha. Er hat... sich ernsthaft da jetzt noch eingemischt? Ja, tschi, tschi. Passt... Passt schon. Raste... nicht aus. XD. So richtig so... Boah, ey. Jetzt chill mal dein Leben. So richtig... so richtig... Schaden... äh, so richtig... ärgerlich, dass er das... äh, dass ich das jetzt echt gewonnen habe. Aber okay, Leute. Wie ihr gesehen habt, waren die beiden leider im Rüstungsvorteil. Denn ein Diamantbrustpanzer, ihr könnt es glauben oder nicht, der bringt sich richtig, richtig, richtig viel. Ähm, hatten beide auch noch ein Eisenschwert und ich will da ein Steinschwert. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wenn euch die verrückte Runde gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr Bock habt. Und mehr Quick Survival Games wollt, lasst auch ein Like da und schreibt mir es in die Kommentare. Und, ähm, ich würde sagen, das war's. Haut rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ciao. Tschüss.